Tja, hallo Freunde, hier ist mal wieder ein kleines, oder was heißt wieder mal, heute kommt mal ein kleines Statement von mir. Ich bin Nacheule, nun seht ihr mich auch mal live. Und ich wollte eigentlich mich mal dazu äußern, auch zu dem Statement, was Nacheule jetzt gegeben hat. Erstmal super herzlichen Dank dafür, dass ihr uns wirklich so treu seid. Vorher mich danke für meine ersten 10 Abonnenten, sicherlich auch Dank mit Hilfe von Nacheule. Und wie Nacheule schon gesagt hat, wir werden am Wochenende, wie sagt er, ein neues Let's Play rausbringen. Und schauen wir mal, wo es hingeht. Ihr könnt natürlich noch fleißig lostippeln, denn ein festes Ziel haben wir noch nicht. Denkt bitte daran, wir wollen nur innerhalb Europas bleiben. Nach Möglichkeit keine Langstrecken über 3 oder 4 Stunden. Eine Stunde rum reicht, weil sonst hat keiner mehr Bock und guckt keiner mehr zu. Von daher wäre es natürlich schön, wenn ihr uns denn reelle Ziele nennt. Nicht jetzt irgendwie von Rom nach Prag oder was. Wir sind jetzt, wie nach Heule schon sagte, Nizza. Wir wollen ja von Nizza aus wieder fliegen. Und ja, was die Wünsche angeht, zum Beispiel die Concorde, die haben wir im Moment noch nicht, wird aber sicherlich auch noch nachgelegt und werden dann vielleicht auch einen etwas längeren Flug machen, da ja die Concorde ein wenig schneller unterwegs ist als eine 737 oder ein Airbus. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ja, erstmal schön, dass ihr uns wirklich so treu seid und dass ihr euch auch die Zeit nehmt, euch unsere Videos anzugucken, speziell jetzt von Nachheule und mir. Nachheule hat sich ja mehr beschränkt auf, oder beschränkt sich ja auf ein breites Spektrum als ich. Der macht ja noch Minecraft und seinen Bussimulator. Ich werde sicherlich mein Spektrum auch noch demnächst erweitern. Mal sehen mit was. Ein bisschen habe ich ja da was auf dem Kasten, da ich noch vielleicht ein, zwei Sachen noch mehr machen kann. Aber erstmal werde ich mich auch auf den FSX beschränken. Da gibt es ja noch einige Sachen, die man zeigen kann oder was man da noch machen kann. Werden wir mal schauen. Denkt mal, werden auch einige interessante Sachen bei sein. Und ja, ich werde jetzt heute eventuell noch ein neues Let's Play rausbringen. Und damit wir am Wochenende dann noch gut durchstarten können, wird Nachheule sicherlich dann auch nochmal Rücksprache mit mir halten, wie wir es weiter verfahren. Und ja, ich würde sagen, wir lassen uns überraschen, was kommt. Wir freuen uns auf euch. Ihr könnt uns auf euch, nicht auf uns freuen, was wir wieder auf den Markt schmeißen werden. Und würde sagen, wir sehen uns dann, wenn es denn so weit ist. Also denn, in dem Sinne, tschüss, euer Egon.